Moin aus Hamburg! In diesem Video möchte ich dir ein paar Tipps mitgeben, worauf es im Trading wirklich ankommt. Mein Name ist Carlos Martins, ich bin Gründer von Traders Club 24 hier aus Hamburg. Seit 13 Jahren begleiten wir Trader auf ihre Reise erfolgreich zu investieren und zu traden. Und hier komme ich schon auf den ersten Tipp, den ich geben kann und das ist eine direkte Frage an dich. Bist du ein Träumer oder Realist? Ich muss das so hart sagen, weil viele, die sich in diesem Trading Business rumtummeln, sind Träumer. Die sagen, mit wenig Aufwand werde ich ganz schnell zum Multimillionär. Trading läuft nicht oder der Markt läuft nicht lineal. Das bedeutet, du musst immer in der Balance sein zwischen dem Risiko und der Performance-Erwartung. Und viele Leute gehören nicht in dieses Geschäft, weil sie eine völlig verkehrte Vorstellung haben von diesem Business. Und da kommen wir schon zum Tipp Nummer 2. Betrachte Trading als Business. Und dazu gehört ein Geschäftspaar. Bei uns ist es klar definiert, nicht nur die Software, sondern was für eine Strategie fahre ich, nutze ich alltäglich, wenn die Märkte auch mal seitwärts laufen. Es gibt ja drei Bewegungen. Einmal der Markt steigt, er fällt oder er läuft seitwärts. Und für all diese Phasen brauchst du eine Strategie. Und natürlich willst du hauptberuflich traden, willst du ein zusätzliches Nebeneinkommen generieren durch Trading. Das heißt, du bist noch berufstätig. Danach müssen sich die Strategien letztendlich auch anpassen. All das bekommst du im Traders Club 24. Und ich möchte dich recht herzlich einladen, unser Gast zu sein in den nächsten 30 Tagen. Uns zu testen. Der Spruch heißt, erst informieren, dann investieren. Und teste unsere Strategien. Sprech mit unserem Coach. Schau mir über die digitale Schulter. Ich bin jeden Tag im Live-Trading-Raum mit echtem Geld. Und du lernst am besten, wenn du siehst, wie wir letztendlich unsere Strategien umsetzen. Ich wünsche dir bei dem Gastzugang viel Spaß, viel Information und bis dahin gute Trades und viel Erfolg.